da kommt noch ein team vielleicht deine chance durchzuschleichen hallo menschen und herzlich willkommen euer senseless survivor wieder hier mit einem ja endlich mal wieder ein hand showdown video es geht auch gleich los der anfang hat leider nichts mit dem video zu tun wollte ich einfach bloß noch mal reinbasteln weil ich es halt so lustig fand die situation da war ich im raid mit dem akat rasar und habro ja und jetzt geht es aber los mit dem eigentlichen video da bin ich unterwegs mit was kall und ja wünsche euch viel spaß dabei lasst mir gerne abo oder like da würde ich mich riesig freuen und ja wir sehen uns im nächsten video euer senseless bis dahin tschüssi aber man kann jetzt auch schon die erste kugel in die winfield machen wenn du hier wartest so eine so gleichfolge laden rein schicken ja ist der effekt wirklich noch mal schön nachzuladen das sieht geil aus könnte dir in deine schwarze fresse schießen du hast eine maske auf die eisenmaske hin und du weißt gar nicht wie ich aussie ich bin komplett vermummt du ich sehe doch deine schwarze visage hier vor mir deinem stahl fresse ein stahl iron man oder was man prallt mal ein pfeil ab das wäre ja cool wenn es noch so ein bisschen sind naja nicht wirklich würde jeder mit dem gegen rumlaufen ja dann würde jeder mit sind es genug dann so sieht es aus und hätten die die es nicht kaufen der arschkarte das ist so scheiße ja dann geht es mal los hier aber jetzt sind teilweise schon ein bisschen irritierend weil der mann mit dem der mann aus den bergen zum beispiel der hat ja den vorteil du denkst du schießt da bei dem im kopf und dann schießt die neun in der blöden mütze rein in die mütze ja und auf distanz siehst du das halt nicht so voll ja nicht schon verlassen naja obwohl ich ihn hasse weil auch so ein fettklopf siehst du da quillt praktisch aus jedem gebüsch raus spieler oh ja habt ihr laufen sehen oh nein wir wissen dass wir da sind naja sie wissen es doch nicht einer ist tot ok ich sag mal das war eine kurz der andere ist seine hütte drin ok vorne in der hütte ja ja der rennt da rum ist tot ist Geschichte was die hatte der kurze Runde oh ey da hat den Bogen warte mal lass mal ausprobieren ist hier mal ein Pfeil irgendwo hier kannst du den Bogen ausprobieren wenn du willst oh ne danke tja wahrscheinlich seine erste Runde jetzt mal den Bogen ausprobieren die wollten einen auf silent machen wahrscheinlich da hat er auch eine Armbrust aber ich sehe immer bloß eine Waffe muss ich dazu dann wechseln der hat einen Bogen der hat auch einen Bogen hier der hat auch einen Bogen und Doppel Officer ich habe Schlange erinnere mich daran ok falls jemand einen Bounty klauen kann oh hier was ist da? nur so ein Dings so ein Strauch Strauch habe ich gar nicht gesehen machst du einen Lärm oder du ziehst uns die Blase auf den Hals oh mach das tot mit der letzten Kraft Alter 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 leider unter Alter keine Kasse da komm Mutter oder steckt sie mit wie ich sie hier reingekloppt habe guckt sie auf der anderen Seite raus der Sache ein bisschen schon ach so ja ein Clou diesmal nicht vergessen wo geht's hin? Nickels Nickels doch die anderen wissen dass die hier waren weil hier sind toll Alter hat die mir auch noch Leben abbezogen diese Drecksviechter brauchst du mal eine Heilung im Bunker war keine Heilung oder? nicht drauf geachtet ich glaube nicht aber hier wird Heilung sein ich gucke mal auf den Turm hoch vielleicht ist hier Heilung hier ist Heilung okay Mann runter du Idiot ich merke du hast deine Pause nicht genossen doch aber es braucht bloß Sekunden um Jahre der Meditation zunichtet zu machen du bist halt tollpatschig in dem Spiel aber das ist doch das Witzige in dem Spiel bei dir dann immer die Videos wo du Granaten vor der Wand wie es einem Kollegen alle tüttelst oder sowas ja hier war das schöne Zeitlupe ja das war doch hier wo wir passen mit der Granate ja genau hier ja schön in Zeitlupe ja dein Granatenskill sowieso legendär es bedurfte jahrelanges Trainings um so schlecht zu werden ja ich brauch leben hast du leben? äh ne da draußen du hast mir doch unten was markiert ja ist halt so weit weg warte ich guck mal drüben ins Haus ey hier steht wieder was ich mein hier ist was oh hier steht noch was geil das wird ganz weiter gehen hier ist irgendwas an der Wand was ist denn da an der Wand? irgendwelche Punkte ach Punkte ok so wo geht's hin? warten man so ne scheiß Fruchtfliege hier alter ja ich glaub Raben sind aufgeschaut ah ich hab mich erschrocken jetzt brauch ich wieder Heilung oh sorry oh man voll der Survival Game ey ohne scheiß ich bin's gar nicht mehr gewohnt mich so zu erschrecken so ich meine oh hinter uns schlechter Schütze schlechter Schütze gestachelter gebranzerter mein ich schütze mann ihr Idioten weg mit euch lasst mich doch in Ruhe scheiße hier sind bei mir welche ja bei mir auf mich schießt man ich hab einen yes aus der Hüfte bei mir ist auch einer es kann glaub ich sein dass bei mir ein anderes Team ist ey seht das voll Idioten Viechner okay ich hol mein Pfeil zurück dann komm ich raus ne der bleibt drin oder ich fakle den mal ab mach mal hu 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 hast du Heilung gesehen? ja hier bei mir hinten unter der Treppe unter der Treppe ne da man was klitschigen hier immer schon mal da so rum mann ich glaub der das ist ein anderes Team da draußen oder? ja ich weiß nicht ob der zu denen gehört soll ich den abbrennen? komm weg ich brenne den ab ich hab grad warte ich hab grad eine gute Posi hier am Fenster okay nicht dass du wieder ein Blech nur triffst ne ne ich schieß Astralen raus wenn wir endlich hier ihre Visage zeigen würden schießt du? ja der ist bald jetzt der muss okay jetzt hat er für eine Waffe der wurde der hat der wurde abgebrannt ich komme mit zu dir der ist tot okay wenn du Medizin brauchst hier ist nochmal Medizin hier nochmal oder? äh wie wieder? ich hab achso gut danke na dann looten wir genüsslich der hat auch einen Bogen wir rennen alles mit dem Bogen durch die Kante ja weil das extra Punkte gibt achso der hat eine Lematt aber ich hab einen Offizier der hat einen Officer ne ich hab einen Erkant eine stinknormale Erkant der hat eine ähm Uppercut hier bei mir ui willst du sie? ne nehm ruhig also zwei Teams sind raus jungen ja der ist doch nicht so mit allen die allen Gelumpen hast du drinnen schon gelootet? ja das war doch mal bis jetzt ne schöne Runde ich brauch Munition bis jetzt hat der jeder einen ne? ihr lasst ihn nach Perish dann hast du einen Muni ja ich reite ihn nach Perish ohne Munition das ist auch nicht so gut wie viel hast du denn? fünf Schuss ja dann heb doch die andere Waffe auf der hat doch lang Ammo was die? das war doch ne Winfield war das ne Winfield? echt ne schon ne? ach die neue ne? ja ja mit dem mittleren Ammo ja Entschuldigung naja muss halt jeder Schuss sitzen ja wir finden schon was wie viel Ammo hast du denn? sechs Schuss in der Waffe plus den Pfeil in der Armbrust jetzt schon oh 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 ihr blöden Töter ach der ein Lärm kann ich ja nicht über den fuck Zaun springen doch der Butcher ist hier der Bucher gut aber wir sind alleine noch der Butcher hier sind Spezial Ammo für deine andere das ist ja gut ach ne ich bin voll mit einem Schalom eigentlich ich nehm doch den Clou da hinten ja boah ey hier kommt noch Merkel sox wie soll ich denn noch killen blödes Vieh halt dein Maul Junge was? nein da hat's oh idioten gelumpe ich hab' genommen ich blute oh 15 Hunde wieder hier jetzt hab ich mal noch einen Schuss äh 5 Schuss ich höre überall Hunde das hat's alle abgestochen da sind noch welche jetzt brauch ich wieder Medizin aber ich glaube da drüben in der Hütte war Medizin drüben war Medizin meine ich kommt noch alter so jetzt brauche ich bloß ein Munition meint's hier ist Amo bist du drin? ja was im im Vorraum im Foyer ist ja oh Muni geil ich hab da axed 33 Punkte haben wir schon gekriegt wie haben wir's gemacht? ey keine Ahnung ich weiß nicht ob man für kills äh auch was kriegt ich weiß es gar nicht hast du ne Axt oder sowas? ja ist da Trottel oben? ja da draußen sind Raben hochgegangen hier sind nochmal äh Munition da lass ich uns erst die anderen was machen weißt du in welche Richtung die Raben hochgegangen sind? ja so 210 würd ich sagen, so Südwesten, Süd, Südwesten also da wo wir herkamen du stief jetzt fröhlich draußen rum? soll ich den Tod machen weiterhin oder willst du? ja ich wollte erst gucken wo die Pfeine sind du kannst ja schon mal gucken, ich mach ihn hier zu klein als in der Zeit äh hast du jetzt auf ihn geschossen? ja ja hast du genug Amor jetzt gekommen? ja ich hab noch ein paar Schuss, ja ich hab den Ball, ich krieg noch sieben oder das hab ich glaube ich weil hier ist genug Munition überall komm mein Junge ich bin auf dem Dach ich bin auf dem Dach ich zwar riskant, aber ich bin auf dem Dach ich zwar riskant, aber Jetzt brenne ich, Tatsache. Jetzt sehe ich niemanden. Wir brauchen nicht mehr viel. Er ist weg, er ist ihm lieber. Ich verbranne. Ja. 36 Punkte. Oh, der ging recht gut jetzt so. Mit Bürste hätten wir mehr Acker gehabt wahrscheinlich. Mit seinem scheiß Dach. Wollen wir runterlaufen? Wo rüber? Zur Bürste? Alter, hast du mich erschockt. Ich habe die blaue Umrandung weg, weißt du? Alter Falter. Ach so, warum hast du das weggemacht? Weil mich das immer gestört hat. Ach, deswegen hast du meine Leiche vorne auch nicht gesehen? Natürlich habe ich dich gesehen. Ich habe es doch nur so getan. Deswegen habe ich dich ja auch wiederbelebt. Ähm. Ist schon wieder so ruhig. Okay, wir hatten jetzt zwei Teams schon weg, ne? Mhm. Ist aber immer noch genug da. Oh, da kommen welche. Hunde. Oh, Hunde. Oh, Hunde. Oh, Hunde. dich wiederbeleben? Ja, Deckenschützer, sei vorsichtig. Glaube nicht. Okay. Diese Dreckszunde, ne? Du musst die Köter zu denen locken. Bom. Lauf in der nächste Hücke. Lauf weg. Alter Fallteil. Ein schnelles aber jähes Enddorf. Siehste, vier Jäger. Ist doch schon mal nicht so schlecht. Ja, Teamdetails, mal gucken. 0,9 hat mich umgebracht. Ah ne, den hab ich erschossen. Oh, der hatte vier Staten. Guck mal, die Runde waren aber alle ziemlich ausgiebig, ne? Ja, klar. Alle ungefähr gleich. Hawaii hab ich getötet. So, ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020